So, wo können wir ihn denn legen? Legen wir ihn schlafen! Schlaf eine Runde! Eine von vier Runden gefunden! Sehr schön! So, Essen und Geld! Offizieller Erlass auf Befehl des Lord Regentens. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwall Tower verboten. Ausgenommen offizielle Besucher, die über die Schleuse kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Dieser Erlass wurde vom Büro von General Tobias mit der vollautorisierten, mit der vollen Autorität des Lord Regentens veranlasst. So, so wie es aussieht, haben wir hier Ruhe vor Trollboys. Ich wollte gerade Big Daddy sagen. Ganz komisch. Waren wir hier nicht schon? Doch, hier waren wir schon. Shit! Dann gehen wir mal nach hier oben. Ah, ich habe noch etwas Kleines vergessen. Shit! Gut! Gut, da müssen wir dann gleich mal schauen. Wo? Hä? Da oben! Na super! Und warum kann der mir das nicht früher sagen, dass da oben einer steht? So, wie können wir den ohne Probleme ausschalten? Äh, hier. Hehehe! Komm her, mein Freund! Oder läufst du weg? Nein, er kommt! Hehehe Was geht denn nur um Vorsicht? Aktentäter, hin! Äh, hehehe, Stadtwache tragen. Hehehe, weg mit dir. Hehehe, das ist ein hämisches Lachen von mir, muss ich sagen. Genau, ich wollte, ah ne, da kommen wir ja gar nicht lang. Okay, was haben wir denn hier? Nur eine Lampe. So. Gehen wir hier rüber. Ich hoffe all das ich euch nicht den Spaß an diesem letzten Play verderbe, weil ich so langsam bin teilweise. Aber ich spiele lieber mit Bedacht, bevor ich hier zu oft sterbe. Hehehe. Was ja auch nie der Fall ist. Stecken wir das rein. Sicherheits- Sicherheits-Tür-Schalttafel. So. Die wirkt jetzt gegen Gegner, das ist sehr gut. Und das Ding ist sowas von scheißen laut. Gehen wir mal kurz rein. Nein. Ne. Die Granaten haben ja Mana tragen. Und das hier. Boah. Ich muss das ja extrem leise stellen nachher. Abartig. Kommen wir nach da oben? Irgendwie? Nein. Schade. Probieren wir mal. Ja, von hier oben her. Da oben kommen wir dann so hin. Wunderbar. Oh, fuck. Ah, das war knapp, das war knapp. Bleib stehen. So. Fallen lassen. Dann ist es wenigstens ausgeschalten. Und wir haben unsere Ruhe. Zum Foyer des Dunwar Towers. Endlich. Nach. Fast anderthalb Folgen. Zwei Folgen. Oh, Madunwar Tower. Gemächer des Foltermeisters. 102 Meter. Was haben wir hier? Sendezentrale. 23 Meter. Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Sicher. 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 Ich werde nach unten in mein Schlafzimmer gehen. Verzeihung, Sir. Es wäre wohl am besten, wenn Sie in Ihrem Schutzraum auf dem Dach bleiben würden. Ich brauche heute den Komfort meines Wetters. Sie vertrauen darauf, dass Sie und Ihre Wetter den Power ausreichend sichern können. Und kommen Sie nach Ihren Runden zu mir. Ja, wie Sie wünschen, Lord Regent. Okay. Ich gehe nach oben. Finde die Gemächer des Lord Regentens. Ja, Sir. Was war das? So, wir müssen jetzt mit Bedacht vorgehen. Denn ich möchte hier jetzt nicht sterben. Komm schon, ich möchte mich da durchteleportieren. Genau. Oh shit. So. Was haben wir denn hier? Nur ran. Hoffentlich. Und schnell die Tür zu. So. Ein Heilungselixier. Aber wir kommen hier nicht weiter. 106 Meter. Mann. Also ist es doch so, wie ich es gedacht habe. Ja, man man hört ja in manchen oder man kann in manchen voren lesen, dass gemunkelt wird, dass das Herz das Herz der Kaiserin ist. Shit. So. Mal schnell. Hier hinten lang. Können wir und können wir. Scheiß drauf. Weg mit ihm. Ich wollte eigentlich die Tür zu machen. So. Sicherheits Lichtbandkreis manipulieren. Natürlich. Flup, flup, flup. So. Die arbeitet jetzt für uns. Plünderung in jüngsten Zeiten. Stopp. So. Plünderung in jüngster Zeit. Da könnt ihr wie immer schön auf HD stellen und euch einfach alles durchlesen. So. Haben wir hier sonst noch etwas? Da ist eine Frau. Öffnet sie vielleicht die Tür? Nein. Schade. Der hat uns da ist. So. Ganz ruhig und entspannt hier langlaufen. Schlüssel zur Sendezentrale erfordern. Ich scheiße. Wo kriegen wir den Schlüssel her? Ich scheiße. Also es sind hier zwei Wachen. So. Die eine haben wir vielleicht angelockt. Nein. Schleich nur schön weiter. Appentäter. So. Du auch. Stirn. Wunderbar. Es merkt keiner. Nur Münzen. Penner. Weg mit dir. Hast du was Schönes? Nein. Natürlich nicht. So. Mal kurz wieder anders hinsetzen. 73 Meter. Mal ganz kurz. Wir haben hier eine Leiche. Das ist nichts anständiges. So. Was haben wir hier? Schalter. der macht nichts. Schade. Wir haben gar keine Schlüssel. Es ist doch zum Kotzen. So. Ich würde gerne in den Funkraum. Wir müssen nach da oben gelangen. Ich weiß nur nicht wie. so. Das dürfte uns ja nichts tun. Wunderbar. Wand der Fuggen herumschafft. Okay. Einer ist noch da. Können wir ihn? Zwei. Scheiße. Stürb, du Penner. Habe ich noch für irgendwas? Nein, natürlich nicht. Das war ich nicht. Du hast ihn selber umgebracht. Stürb, du Penner. Oh fuck. Weg hier. Weg hier. Shit, shit, shit. Weg, 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 weg. Oh nein, das war ein Buben. Shit. Nirgendes bin ich. Wir wissen, dass du hier bist. super, wir haben keinen Mana-Trank mehr. Er hat da ist. Super, wir haben keinen Mana-Trank mehr. Er hat da ist. komm schon, komm rein. Es interessiert dich nicht, dass da die Tür offen steht. Alter. was sind das für Kackbohls. So, der hat nichts in den Taschen, schade. Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Kauvor nicht die Kaiserin getötet. Halt die Fresse. Anfänger. 10 12 13 12 13 14 25 29 29 31